Auf den Vergnügen. Der trieb es leider ziemlich bunt. Der Teufel kam, um ihn zu holen, dafür gab es manchen Grund. Der junge Mann hat wohl gewusst, dem Teufel macht das Wetten Spaß. Drum sagte er, ich weiß ein Rätsel, was ist das? Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen. Es tut oft weh, doch es ist auch schön. Es ist kein Wein, doch es geht ins Blut. Und es tut, es tut so gut. Es ist kein Gold, doch es macht reich. Ein Herz aus Eisen wird davon reich. Es ist kein Feuer, aber es brennt. Sag mir, wie man das nennt. Der Teufel fing zu raten an. Ich glaub, es könnte ein Ufo sein. Ein Nachtgespenst, ein Zaubervogel. Doch er hörte stets ein Nein. Und schließlich sagt er voller Wut, Mir reicht jetzt diese Raterei. Wenn du mir nur die Lösung sagst, geb ich dich frei. Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen. Es tut oft weh, doch es ist auch schön. Es ist kein Wein, doch es geht ins Blut. Und es tut, es tut so gut. Es ist kein Gold, doch es macht reich. Ein Herz aus Eisen wird davon weich. Es ist kein Feuer, aber es brennt. Sag mir, wie man das nennt. Es ist schon alt und immer neu. Es fängt dich ein und es macht dich frei. Es ist etwas, was der Teufel nicht kennt. Etwas, das man Liebe nennt. Man kann es nicht hören, man kann es nicht sehen. Es tut oft weh, doch es ist auch schön. Es ist kein Wein, doch es geht ins Blut. Und es tut, es tut so gut. Es ist kein Gold, doch es macht reich. Ein Herz aus Eisen wird davon weich. Es ist kein Feuer, aber es brennt. Das, was man Liebe nennt. Hört euch die Geschichte an, vom Teufel und dem jungen Mann.